Das Katz-und-Maus-Spiel Hallo Mausi Hallo Vielen Dank. Hältst du die Maus fest? Hältst du die Maus fest jetzt? Jetzt lässt man sie wieder frei laufen. Und jetzt jagen. Katz und Maus Spiel. Schaut mal. Ja, und sie wird sie gleich essen. Die Maus. Mimmi. So, jetzt läuft sie wieder weg, die Maus. Schauen wir mal, ob wir das von vorne kriegen. Da ist die Maus. Da ist die Mimmi. Okay, drehen wir es mal so um. Da ist die Mimmi. Da ist die Mimmi. Das mache ich jetzt ausnahmsweise mal. Da ist die Mimmi. Da ist die Mimmi.